Parishwa Adho Mukha Vrikshasana ist der Handstand, bei dem du zur Seite dich beugst. Man kann auch sagen, der seitlich verbeugende Handstand. Im Handstand, Adho Mukha Vrikshasana, gibt die Beine etwas zu einer Seite und dann anschließend zur anderen Seite. Das ist eine große Herausforderung für das Gleichgewicht, weil du leicht auch kippst und damit das Gewicht anders auf den Händen balancieren kannst. Probiere es aus. Eine schöne Herausforderung für alle, die den Handstand gut können.